Hi Leute, hier ist Heike ab Christian. Dieses Video hat mal angefangen als Response-Video zu einem Video von David Banana mit dem Titel, ich glaube es heißt so ungefähr, warum ich ab und zu Eier von Hühnern aus dem eigenen Garten esse oder so. Was sarkastisch gemeint ist, weil er halt die Meinung vertritt, dass das unter eigentlich allen Umständen ethisch verwerflich ist und dass man es einfach nicht tun sollte. Das Video wurde aber so schrecklich lang, dass ich mir überlegt habe, ich muss das anders aufziehen, zumal ich Davids Argumentationsmuster in der veganen Szene schon öfter gehört habe und ich generell denke, dass das ein Problem ist, weil das keinen Sinn ergibt, wie er das argumentiert, zumindest in einigen Teilen. Deshalb schaut euch bitte das Video von David zuerst an, wenn ihr alles verstehen wollt, worauf ich mich beziehe. Ansonsten kann es sein, dass ihr hier und da nicht genau wisst, was ich meine. Und deshalb hier Pause und gleich geht's weiter mit meinen Argumenten. Ich möchte dieses Video aufteilen in die theoretische Sicht und die praktische Sicht. Denn es gibt aus meinem Betrachtungswinkel aus sowohl theoretische als auch praktische Einwände gegen Davids Beispiele. Stellt euch eine Welt vor, in der es genau zwei Produkte gibt. Ihr könnt eine vegane Schokolade kaufen, die nicht bio ist und nicht fair gehandelt ist und ihr könnt euch eine unvegane Schokolade kaufen, die bio ist, die fair gehandelt ist, wo ihr wisst, dass es den Kindern auf der Plantage gut geht, dass die nicht ausgebeutet werden und dass im Idealfall natürlich keine Kinder auf der Plantage arbeiten, sondern Erwachsene, weil die Kinder in der Schule sind. Ihr wisst, was ich meine. Also eine sozialverträgliche, umweltverträgliche Schokolade, die 0,1% Milch drin hat. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr euch entscheiden? Welches Produkt würdet ihr kaufen? Würdet ihr sagen, es ist wert, auf den Veganismus in diesem Fall zu verzichten, um die ethischere und ökologischere Schokolade zu kaufen? Oder würdet ihr die Schokolade mit Kakao aus einer Plantage kaufen, in der es den Kindern dreckig geht, wo Pestizide bis zum Umfallen benutzt werden, aber es ist keine Milch drin? Ich würde in dem Fall sagen, dass es tatsächlich ethischer ist, die Schokolade zu kaufen, die nicht vegan ist. Und das möchte ich an einigen weiteren Situationen noch ein bisschen klarer machen. Ich habe in einem Video zum Thema, ich glaube, es war Smoothies sind gesund, schon einmal das Beispiel gebracht, was wäre, wenn ihr in einer Welt leben würdet, in der es auch wieder nur zwei Produkte gibt. Es gibt Orangen und es gibt Steak und ihr habt einen massiven Eisenmangel. Was wäre die bessere Variante? Was wäre in dem Fall das gesündere? Und ich habe dann gesagt, in dem Fall wäre es das gesündere, das Steak zu essen. Denn man hat einen massiven Eisenmangel, Orangen enthalten kaum Eisen. Das Steak wird einem das Überleben sichern und die Orangen werden einem das Überleben nicht sichern. Diese zwei Beispiele machen für mich aus theoretischer Sicht schon mal klar, dass Veganismus nicht das einzige Kriterium ist, dass man bei der Auswahl von Lebensmitteln oder seinen Entscheidungen generell irgendwie zurate ziehen sollte. Denn unsere Welt funktioniert nicht so einfach. Auch unsere Welt funktioniert nicht so, dass alles, was vegan ist, automatisch gut ist und alles, was unvegan ist, automatisch schlecht ist. Natürlich ist es praktisch so, dass Fleisch im Supermarkt ethisch meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen ist, dass Eier aus dem Supermarkt nicht zu rechtfertigen sind, dass Milchprodukte aus dem Supermarkt nicht zu rechtfertigen sind. Allerdings kann man daraus meiner Meinung nach dann nicht das Argument ableiten, dass deshalb alle Formen von Nutzung von tierischen Produkten automatisch ethisch verwerflich sind, nur weil das momentan in der Regel so praktiziert wird. Kommen wir zum praktischen Teil der Argumentation. David hat in seinem Video das Beispiel gebracht, Eier aus dem Garten zu essen. Und weil er aus ethischer Sicht meiner Meinung nach aus keinem überzeugendes Argument liefern konnte, ist er dann zum Argument übergegangen, ja, aber es ist nicht gesund. Und erstmal möchte ich sagen, dass das so zu argumentieren völliger Quatsch ist, weil selbst T. Colin Campbell, der Autor der China Studies, schreibt, es ist komplett egal, ob man ein Vollkornbrot kauft, in dem ein einziges Ei eingebacken ist oder ein Vollkornbrot isst, in dem halt kein Ei eingebacken ist, weil das eine mikroskopisch kleine Menge ist, die halt, wenn der Rest der Ernährung stimmt, überhaupt nichts ausmacht. Also ich finde, Veganer und besonders High-Carb-Veganer müssen halt aufhören, so zu tun, als ob ein Esslöffel Öl oder ein Ei einen sofort umbringen werden und dass man dadurch irgendwelche irreversiblen Schäden erleiden wird. Wenn das wirklich passieren würde, hätten wir keine 90-Jährigen, die aber Fleisch essen. Das würde einfach nicht passieren, wenn der Körper so funktionieren würde, wie die meisten High-Carb-Veganer anscheinend denken, wie der Körper funktioniert. Jedenfalls fällt das als Argumentation also raus. Wenn tatsächlich die einzigen tierischen Produkte, die man konsumiert, Eier aus dem eigenen Garten sind und ein Huhn legt ja Eier auch nicht im 5-Sekunden-Abstand, das heißt, die Menge an tierischen Produkten, die man konsumiert, ist schon sehr, sehr drastisch reduziert im Vergleich zu dem, was so ziemlich alle anderen in der Gesellschaft machen, wird das gesundheitlich meiner Meinung nach keine Konsequenzen haben. Wenn man natürlich dann jeden Tag 4 Eier isst oder jeden Tag Steak isst oder so, kann das auf lange Sicht zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen oder zu Arteriosklerose oder anderen Erkrankungen, die man halt nicht haben möchte. Man möchte eigentlich keine Erkrankung haben. Und auch in dem Fall kann man halt sagen, man kann nicht automatisch sagen, weil eine vegane Ernährung gesund ist, ist es automatisch furchtbar für die Gesundheit, einmal ein Ei zu essen. Das geht so nicht. Das ist meiner Meinung nach eben nicht abgedeckt durch Fakten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen spannenden Teil. Was ist ethisch verwerflich daran, einen Huhn im eigenen Garten zu halten und es produziert dann die Eier? Die Eier sind für das Huhn, wenn sie nicht befruchtet sind, ein Abfallprodukt. Es isst sie nicht. Es würde halt einfach im Garten rumliegen und verschimmeln. Wäre es dann nicht die bessere Variante, die bessere Lösung, das Ei nicht zu verschwenden, sondern es entweder selber zu konsumieren oder es jemandem zum Konsumieren zu geben? Ja, meiner Meinung nach schon. Meiner Meinung nach ist es besser, als das Ei einfach rumliegen zu lassen. Ich kann verstehen, wenn Leute das halt nicht machen würden, aber ich sehe keinen ethischen, moralischen Schaden, der dadurch entsteht. Es kommt für mich einfach darauf an, aus welchem Zweck man das Huhn im Garten hat. Das ist, da lehne ich mich so ein bisschen an, oder ich halte mich so ein bisschen an Immanuel Kant. Und man muss halt gucken, was die Absicht ist. Ist die Absicht, ja, ich kaufe mir einen Huhn, dann habe ich immer Eier und wenn das nicht mehr kann, dann schlachte ich das und mache Suppe daraus. Da würde ich zum Beispiel so sagen, so, hm, das ist jetzt ethisch eher fragwürdig, das würde ich zum Beispiel nicht für ethisch akzeptabel halten. Aber was ist mit Leuten wie Karen Duwe, die zum Beispiel einen Huhn gerettet haben und das ist dann halt ein weiblich, also es ist weiblich, es ist ein Huhn, keine Ahnung, und es produziert dann Eier. Das ist meiner Meinung nach nicht ethisch verwerflich, weil es einen guten Hintergrund hat. Es hat den Hintergrund, ich habe das Huhn gerettet und es lebt fröhlich in meinem Garten rum oder so, weil die meisten Hühner wahrscheinlich dann ohnehin nicht mehr in der Lage sind, irgendwie im Wald zu leben oder so, dann entsteht für mich überhaupt gar kein Schaden dadurch, dass man diese Eier isst. Überhaupt gar keiner. Das Ganze lässt sich zurückführen auf die Verbindung, dass jede Form von Tiernutzung automatisch Tierausbeutung beinhaltet. Und das sehe ich halt nicht so. Das ist genauso wenig Tierausbeutung, wie wenn das Huhn eine Feder verliert und ich benutze die Feder zum Schreiben oder als Dekorationsartikel oder so. Da entsteht auch kein Schaden durch, weil es nicht immer so ist, dass die Nutzung von tierischen Produkten Tierausbeutung beinhaltet. Und ich weiß, weil dieses Video garantiert so aufgefasst wird, so ja, macht doch was ihr wollt, vegan ist nicht wichtig oder so. Ich möchte sagen, dass wenn man sich halt daran hält, dass vegan der moralische Standard ist und dass vegan gut ist und nicht vegan schlecht ist, man wird in den allermeisten Fällen damit wirklich richtig liegen, das stimmt. Aber dann solche Sachen zu sagen wie alle, alle Fälle zu generalisieren, alle Situationen über einen Kamm zu scheren, Sachen zu vergleichen, die man eigentlich nicht vergleichen kann, das hilft halt nicht. Das ist nicht nur philosophisch vollkommen unredlich und absurd, sondern das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Veganer in der Mainstream-Gesellschaft als Spinner und als Extremisten dargestellt werden, weil man halt nicht einsehen will, dass Veganismus nicht der einzige moralische Standard ist, den man haben kann. Ich kenne viele Veganer, die Bioprodukte kaufen und die auf Bioprodukte schwören und sagen, es ist das Beste und trotzdem sehen sie nicht, dass in der Biolandwirtschaft viel häufiger mit Gülle gedüngt wird als in der konventionellen Landwirtschaft, weil eben synthetische Düngemittel nicht benutzt werden dürfen. Wäre es dann nicht das Vegane, keine Bioprodukte zu kaufen, sondern konventionelle Produkte zu kaufen, bei denen dann weniger Gülle benutzt wird, wodurch die Tierindustrie weniger unterstützt wird? Ihr seht, es ist kein einfaches Thema. Es gibt darauf keine einfache Antwort. Es gibt darauf auch, glaube ich, keine Antwort, die immanent richtig oder falsch ist. Es kommt auf den Blickwinkel an. Es kommt auf die Situation an. Ethische, moralische Handlungsentscheidungen sind immer inhärent situationsabhängig. Ich weiß, es gibt Philosophen, die widersprechen. Ihr kennt ja vielleicht das Beispiel mit Immanuel Kant und dem Freund, der von einem Mörder gejagt wird. Und Kant würde sagen, wenn der Freund sich in deinem Haus versteckt, musst du sagen, dass der da ist, wenn der Mörder fragt, weil es ist falsch zu lügen. Da würde ich sagen, das ist schon ein bisschen crazy. Aber die Sache ist, haltet euch nicht einfach an irgendeine Ideologie, sondern guckt und denkt selber nach mit eurem eigenen Gehirn, das die Evolution euch geschenkt hat. Was ist für euch die richtige Lösung, wenn ihr das für euch rechtfertigen könnt und wirklich versucht, das Leid zu minimieren, das ihr auf der Welt verursacht, und guckt, dass eure Handlungen andere Leute oder andere Personen oder Tiere oder die Umwelt so minimal wie möglich beeinflussen, dann würde ich sagen, ist das besser, als zu sagen, nur vegan ist richtig oder nur bio ist richtig. Wie seht ihr das? Einige Leute, die Unnatural Vegan kennen, werden viele meiner Argumente wahrscheinlich aus ihrer Videoreihe Tentative Vegan wiedererkennt. Ich glaube auch, dass man so meine Herangehensweise vielleicht pragmatischen Veganismus nennen kann, weil ich eben nicht, ich sehe das halt nicht so, dass nur vegan immer genau das Beste ist. Dann müsste man auch eigentlich auf Rennräder verzichten, denn ich wette, in einem Rennrad ist auch irgendwas Unveganes drin oder die meiste Rennradkleidung ist ebenfalls nicht vegan. Daher kommen halt auch diese Argumente, dass Palmöl nicht vegan ist. Ich würde das halt, oder manche Leute sagen auch, dass Zucker nicht vegan ist, abgesehen von der ganzen Tierkohle-Sache. Wie gesagt, es ist nicht so einfach. Ihr müsst euch da eure eigene Meinung bilden und die würde ich gerne in den Kommentaren wissen. Deshalb, jo, das war's. Und David, falls du dich dazu äußern möchtest, tu das gerne. Ich weiß, das Response-Video kommt jetzt eine unfassbar lange Zeit nach deinem Video, so gefühlt. In YouTube-Zeit ist das so fünf Jahre, weil ich das irgendwie nie hinbekomme, Response-Videos zeitig zu drehen. Ähm, ja. Ist halt so, ich hab, ähm, ich hab ein Busy-Schedule. Also, schreibt's mir in die Kommentare, abonniert mich, gebt diesem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao!